Wir rennen den ganzen Tag. Wir wollen anerkannt, respektiert und geliebt werden. Gibt es mehr im Leben? Was ist der Sinn? Wofür bin ich bestimmt? Vielleicht sollte ich anders fragen. Was möchte Gott in deinem Leben? Was für einen Plan hat er? Bringe Farbe in dein Leben. Entdecke Neuland. Neuland ist ein Jüngerschaftsjahr in der Heilsamil Schweiz. Junge Menschen entdecken, wer sie wirklich sind, wer Gott ist und was das alles mit ihrem Leben zu tun hat. Ich mache das Neulandjahr, weil ich den Auftrag von Gott in die Heilsamil zu kommen habe, auf der Strasse zu sein und den Weg von dir folgen. Ich mache das Neulandjahr, weil es in meiner Hoffnung großartig ist. Es geht um mich von Gott und ich kann neue Dinge über ihn lernen. Ich mache das Neulandjahr, weil ich in einem Kampf in diesem Jahr teilzunehmen teilzunehmen. Und Gott hat sich in meiner Leben manifestiert. Und in der Zeitpunkt habe ich entschieden, dass ich das Neulandjahr zu sein. Weil ich mich in das Ministerium führte. In diesem Jahr wirst du gefördert und gefordert. Du machst spannende Erfahrungen und du wirst Gott in deinem Leben ganz praktisch erleben. Die Hälfte der Woche hast du Unterricht über die Bibel, Theologie, Leidenschaft und viele interessante Themen. Und die andere Hälfte der Woche bist du direkt im Einsatz in einer Gemeinde und kannst dein Potenzial ganz praktisch entfalten. Du wirst von einem Mentor begleitet, der dich im geistlichen Wachstum stärkt und dich immer wieder herausfordert und ermutigt. Gehe den nächsten Schritt in deinem Leben und lass dich verändern. Gott hat einen Plan mit dir. Ein Rot. Gott hat einen Plan mit dir. den